Hallo zusammen, ein herzliches Willkommen in der besten Einsatzzentrale der Welt, im besten Taktik-Shooter der Welt, mit dem besten Einsatzleiter der Welt, das bin ich, der Massive Place aus der Gaming-Zentrale und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu Swordfield des Dachkopf Syndicate, wo wir in der Singleplayer-Karriere weitermachen und uns die nächste Mission anschauen. Die da wäre das Drug Lab, auch als Drogenlabor bekannt und da gibt es eigentlich nicht viel weiter zu sagen. Das Briefing ist jetzt mal egal. Das passt. Wahrscheinlich Entry. Ach, die Sites könnten wir wählen. Ja, ich würde sagen, dann versuchen wir es senden. Suspects Unlown, Civilians Unlown, Timely. Eine Sub-Machine Gun, die ist natürlich ziemlich cool. Aber ich glaube, wir bleiben bei der SMG mit mehr oder weniger pazifistischer Munition und etwas möchte ich nochmal gerne nachschauen, was die Audioeinstellung anbelangt. Ah, scheiße, wird gar nicht so angezeigt. Okay, dann muss ich mal kurz unterbrechen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, alles super und da können wir schon loslegen. Ich freue mich, mal wieder endlich ein bisschen nicht rumzuballern, sondern möglichst möglichst so wenige wie möglich zu verletzen und das ganze ganz chillig anzugehen. So, Leute, ihr seid dabei. Wir machen ein... Haben wir einen Sniper? Okay, wir haben einen Sniper. Fack, der hat eine Knarre. Können wir den irgendwie in die Schulter schießen? Fack, der hat eine Knarre. Okay, dort haben wir ein paar ausgeschaltet. Super. Ist jetzt doof, wir könnten die natürlich mit Tränengas oder sowas, aber okay, drauf geschissen jetzt. Ist bestimmt einer durchgerannt. Ähm. Achso, jetzt kann ich ihn steuern. Ne, will ich aber nicht. Ja, ja, ne, ist egal. Ähm. So, Leute, ihr seid ja hinter mir. Ähm, dann machen wir das so. Wir schauen jetzt mal hier durch. Und safen das alles, aber ihr macht mal ein Fall-in. Okay, da ist einer drin. Da werfen wir am besten eine Flash rein. Und wir machen das Ganze so. Äh, ihr bangt das. Da ist unser Van. Ich gehe kurz in Deckung. Los, rein da. Okay. Okay, dann tun wir den mal Sip-Kaffen. Wir schauen uns die Räume an. Das ist wahrscheinlich geht beides auch mit Kuchen durch, soweit ich das in Erinnerung habe. Okay. Da schaut uns einer direkt mit seiner, mit seiner Mündung entgegen. Was sagt die Tür? Auch einer. Ähm. Das möchte ich mal in Angriff nehmen. Das war, wir machen folgendes. Lass deine Hand auf und runter! Der Schatz ist hier. Polizei, schraube deine Arten! Checkt diese Räume. Auf sie. Den noch melden. Move it! Go, go, go! Moving on, Trailer! Reynolds clear. Okay. Halt zurück! Move! Ich will es schlafen! Polizei, schraube deine Arten! Geh die Hand in die Erde! Geh die jetzt! Auf deine Knie, jetzt! Polizei, auf deine Knie! Okay, scheiße. Ihr bleibt hier, ist sicher das Ganze. Ähm. Tja, wie machen wir es jetzt? Die Tür ist jetzt ein bisschen doof, wenn da jemand durchkommt. Ähm. War hier einer? War hier einer? Ich weiß es nicht. Ne, wahrscheinlich nicht. Folgendes. Ihr bleibt hier. Und ich schau mir das an. Sieht clear aus. Ist auch clear. Okay. Dann so lassen. Ähm. Hier waren wir nicht. Hier waren wir. Kurz schauen. Was gibt es hier? Okay, da ist einer mit einer Knarre. Ähm. Hier weiß ich nicht, was dort ist. In welche Richtung geht die Tür auf? Okay, da wären wir im Schutz. Leute, ähm. Fuck. Hinter mich. Gut. Wir gehen jetzt einfach so hier rein. Drauf geschissen. Hände in die Luft! Geh runter! Überraschung. Polizei! Auf deinen Knie! Auf den Boden! Jetzt! Ich bin der Knie! Runde mit einer Knarre, Polizei. Okay, clear. Tja, doof gelaufen würde ich mal sagen. So, keine dummen Bewegungen. Dann bleiben wir alle cool. Roger that. Standing by for further report. Ey, runter! Shit! Das war so nicht gedacht. Achso. Los, komm, runter auf den Boden. Polizei. Polizei, das ist eine Anweisung. Polizei, ich wiederhole es nicht nochmal. Runde auf den Boden. Runde auf den Boden. Hände nach oben. Und keine Bewegung. Hände auf dem Rücken. Sie halten sich ruhig. Hilfe, naht. Hände auf den Boden. Hände auf den Boden. Hände auf den Boden. Hände auf den Boden. Das ist die Entfernteam. Das ist die Entfernteam. Die Zivilisation ist sicher, sicher und bereit für die Evac. Jetzt hier raus in den Flur. Also, ich glaube, das ist der Flur. Ich bin jetzt natürlich leider schon ein bisschen verletzt. Okay, keine Ahnung, wo der hin ist. Wir gehen jetzt vorsichtig vor. Hm, wir müssen da höchstwahrscheinlich hoch. Das ist jetzt doof. Okay, vorsichtig. Leute, bitte folgen. Geht da hin. Geht da hin. Entstanden. Geht. In Position. Gut. Ja, das ist ein Blick. Oder nicht. Okay, dort sieht es safe aus. Ähm. Geht mal bitte da hin. Geht. Ich habe meine Hände voll, Sir. Suspekt in Sicht. Polizei! Geht! Sie sind auf den Boden. Sie ist auf den Boden. Geht deine Hände auf und geh runter. Wo waren die Schüsse? Entry Team zu TALK. TALK, this is Entry Team. Suspekt down and secured. Have the EMT ready. Okay. Scheint keiner drin zu sein. Da gehe ich mal vorsichtig rein. Ihr haltet dort drüben weiter die Stellung. Okay, gut. Das ist, glaube ich, ein Bad. Jetzt habe ich jetzt leider keine Deckung von links. Aha, sehe eine an. Wonach geht die Tür auf? Okay, dann bin ich dort safe. Ich habe keine Flashbanks mehr. Ähm. Ich würde sagen, dann machen wir den gleich. Ach du. Ihr habt mich leicht erschreckt, Boys. Also doch hatte ich eine Sicherung. Gut. Scheint keiner drin zu sein. Dann clear ich den kurz. Ist clear. Die Frage, was ist hier? Also wir sind auf der Suche nach einem Drogenlabor. Okay, hier ist gerade noch nichts im Gange. Ich schaue mal vorsichtig rein. Okay, nichts. Man wehr schon, ich weiß nicht. Voll in. Gut, 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 gut. Okay, hier ist keiner. Wir rücken weiter vor. Flora, keiner. Okay, ich glaube, wir sind am Eingang. In dem Fall, wie machen wir das jetzt? Ist leicht unübersichtlich. Was ist los? Okay, da ist keiner. Vorsichtig. Wir clearen hier draußen nochmal. Hier ist in der Regel niemand. Gut. Ja, Gerard bitte aus dem Weg. Wir müssen hier weiter vorwärts nach Suspects schauen. Wieso? Du bist in meinem Weg. Ach ja, wir haben vorhin den Sniper positioniert. Positioniert durchs Fenster. Ähm. Gut, machen wir den mal eben. Wir clearen das. Na, go. Let's get in there, guys. So far, so good. Moving forward. Trailers. Area clear. In position. Clear. Halt mich. Entry team to talk. Entry suspect secure and ready for transport. Era one. Talk to this is entry. Contact me, medics. Happy EMTs ready. Copy. Medical teams notified. Okay. Hier wäre auch noch ein Eingang gewesen. Gut, no. Alter, was ist hier alles kochen, Mann? Ich glaube nicht, dass das Natriumchlorid ist. Hier dürfte jetzt nichts sein. Nee. Da ist sogar noch ein Haupteingang. Wir machen das kurz auf. Hab ich da noch eine Knarre? Ich habe doch hier gerade noch eine Knarre gehört, Mann. Nicht? Oh ja, Eingang. Zugepackt. Das hört natürlich keiner. Nein, nein, nein. Niemals. So, hier ist jetzt noch eine Tür. Was mag das sein? Oh, boy. Ach, da ist noch eine Tür. Okay. Ähm. Dann. Leute, ich empfehle euch. Ich empfehle euch mal einfach da hinzugehen. Wenn ihr da jetzt aufmacht, Leute, dann habt ihr ein echtes Problem. Ich sag's euch. Deswegen, muft mal da hin, bitte. Ich, äh, kann da nicht lang. Äh, ja, weiß ich. Du bist in meiner Position, Sir. Du bist in meiner Weg, Sir. Du bist in meiner Weg. Geh über, Sir. Du bist in meiner Position, Sir. Wir haben keinen CS-Guess. So, Polizei, runde auf den Boden. Polizei, runde auf den Boden. Waffe weg. Keine Bewegung. Okay. Die haben wir. Ah, das ist das Drogenlabor anscheinend. Also hier sind die Plantagen. Open, clear. Ähm, breach. Get her open and clear it. Check. On it set in charge. Prepare for detonation. Boom. So far so good. Moving forward. Trailers. Now on here. Clear, clear. Clear. Okay, kommt zurück. All in on me. Check. Rejoining you. Dann machen wir jetzt den letzten hier. Der dürfte ja immer noch hier drin sein. Wenn nicht, haben wir ein Problem. So, da ist er. In Position. Ähm. Ist jetzt schwierig zu sagen, was wir machen, Leute. Bleibt dort, bitte, man. Ich will euch echt nicht verlieren. Deswegen. Ähm. Wir haben jetzt noch hier eine Stinger. Oder? Ja, das Stinger. Polizei, runde auf den Boden. Weg mit der Waffe. Weg mit der Waffe. Runde auf den Boden. Ey, sie da. Runde auf den Boden. Ich bin nicht in charge. Ich verstehe nicht. Behind me. Kommt ihr rein. Auf den Boden. Ich verstehe nicht. Was? Geht her. Ich bin nicht in charge. Wo bin ich? Polizei, runde auf den Boden. Letzte Aufforderung. Sonst schießen wir. Hör auf den Boden. So, runde auf den Boden. Geht her. Keine sudden moves. Kommt, Boss. Warte, du rufst. Ich versuche, den Studenten. Entretienz. Das wäre die Geisel. Das ist Entretienz. Nice work. Let's head back to HQ. Okay. Wunderbar. Wir haben mit 81 abgeschlossen. Das finde ich sehr gut. Und wir haben... Äh, nur Penaltyles Detacted Player Uninjured. Gut, okay. Äh, nur Officers Down. Einen von neun Suspects Neutralized. Ja, gut, okay. Aber ansonsten, alles super. Gibt's nix zu meckern. Und ja, und damit können wir uns eigentlich auch schon auf die nächste Mission zu bewegen. Da wird jetzt hier erstmal ein Cut gesetzt. Und wir sehen uns zur nächsten Runde wieder. Bis dahin. Tschüss.